In Niedersachsen spielen die Moore ja eine ganz wichtige Rolle. Große Teile Nordwest-Niedersachsens waren in prähistorischer Zeit bis in das 19. Jahrhundert mit großen Moorflächen bedeckt. Und wir haben auch heute noch immer wieder beim Torfabbau, finden wir Moorleichen oder Moorwege. Das ist eine große Besonderheit. Einer dieser Moorwege, wir haben ungefähr 500 Moorwege in Niedersachsen erfasst. Und einer dieser Moorwege ist im Landkreis Diepholz im Aschener Moor. Das ist so etwas westlich von Diepholz. Der Moorweg im Aschener Moor ist einer der längsten je dokumentierten Moorwege. Er ist über vier Kilometer lang und im Untergrund weitgehend noch gut erhalten. Die ersten Untersuchungen zu diesem Moorweg sind schon im 19. Jahrhundert begonnen. Und man hat lange Zeit gedacht, dass dieser Moorweg vielleicht einer dieser Wege ist, die von den antiken Autoren als die langen Brücken bezeichnet werden, wo nämlich die Römer in ihren Schriftquellen beschreiben, dass sie über große, lange Wege Moore überquert haben und dann von Germanen überfallen worden sind. So war also lange Zeit auch dieser Weg im Verdacht, einer dieser Wege zu sein. Denn er ist ungefähr um Christi Geburt. Inzwischen wissen wir das ganz genau, dendrochronologisch und nach C14-Analysen wissen wir, dass dieser Moorweg vielleicht so 15, 20, 30 bis zu 100 Jahre vor Christi Geburt angelegt worden sind. Wir haben jetzt hier einen Teil solcher eines Moorweges uns ausleihen können aus dem Landesmuseum Natur und Mensch in Oldenburg. Das sind die Teile, die dort im Depot liegen und nicht für die Ausstellung vorgesehen sind, sodass wir uns die ausleihen konnten. Dass das so glänzt, liegt daran, dass hier ein Konservierungsverfahren zum Einsatz kam mit Propellerleim. Ein Versuch, ob das wohl hält, das macht man heute anders. Aber damals war das, wie wir sehen, eine effiziente Methode. Nur die Oberflächenstruktur des Holzes ist dadurch nicht mehr so gut erhalten. Das Bauprinzip dieser kilometerlangen Moorwege sieht so aus. Da sehen wir es im Original, dort vor der Freilegung. Man hat unten eine Substruktion aus langen Balken wie Eisenbahnschienen nebeneinander gelegt und dann dicht an dicht die Spaltbohlen oben drauf gelegt. Wir sehen das hier in dieser Fotogrammetrie auch nochmal ganz schön. Unten die Balken und dann dicht an dicht diese Bohlen. Interessant ist, dass jeder dritte, vierte Balken eine präzise Bohrung hat. Ein viereckiges Loch, hereingearbeitet mit einem Beil. Und wir haben auch diese charakteristischen Hölzer hier gefunden, mit denen nämlich dann diese Balken senkrecht fixiert worden sind im weichen Untergrund, damit sie beim Überqueren nicht wegflitschen und nicht, also damit der Weg etwas stabilisiert ist. In diesem Jahr werden weiterhin Untersuchungen an diesem Moorweg PR6 im Aschener Moor stattfinden. Eine groß angelegte Ausgrabung, die in den letzten zwei Jahren schon anlief, wird ungefähr 200 Meter Moorweg dort dokumentieren, weil dieses Holz gefährdet ist durch die Naturschutzmaßnahmen, die durch die Veränderung des Wasserhaushaltes, was wichtig ist für den Naturschutz, sozusagen die archäologischen Objekte in Mitleidenschaft ziehen würden. Und deswegen werden diese Stücke jetzt gerade frisch und modern untersucht und analysiert. Und ein Teil dieses Weges wird dann modern konserviert, sodass wir das dann auch museal präsentieren können.